Ich möchte eine kleine Geschichte zeigen, die schon für Kinder ab zwei Jahren zu spielen ist. Sie drückt die Stimmung von Geborgenheit aus. Und in der Regel bei traumatischen Erlebnissen geht die Geborgenheit verloren und kann so wieder genährt werden. Mein Hühnchen Gagalaya legt große weiße Eier. Gagalaya legt Gagalaya. Drei große Eier legt Gagalaya. Setzt sich drauf und brütet brav. Brütet tags und nachts im Schlaf. Genau gerechnet nach drei Wochen hört man's in den Eiern pochen. Gagalaya ist entzückt. Alle Küken sind geglückt. Glück, Glück, Glück. Küken machen BIEB, BIEB, BIEB. Gagalaya hat sie lieb. Küken machen BIEB, BIEB, BIEB. Gagalaya hat sie lieb. Hat sie lieb. Hat sie lieb. Ab belltрыlteig. Theyw Europemed decorum. Ab bellt hat sie lieb. Ab bellt hat sie löb. Um, 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 um.